Mein Tag beginnt, dass ich die E-Mails checke, so circa 20 Minuten. Dann gehe ich raus in die Produktion zu den Mitarbeitern und stelle Fragen, wie es eben gerade läuft. Unser Labor ist im neuesten Stand. Es ist ganz frisch eingerichtet. Wenn wir irgendwas Neues brauchen, dann müssen wir nur sagen, was wir brauchen, wofür wir das brauchen und dann bekommen wir das im Normalfall auch. Meine Arbeitszeiten sind von sieben bis vier Uhr nachmittags, Kernzeiten von neun bis drei Uhr. Ich habe jedoch Gleitzeit und das ist viel super. Man kann mal ein bisschen früher kommen, mal ein bisschen später, je nachdem. Es gibt auch immer ein Morgenmeeting, wo man sich über die aktuellen Themen abstimmt. Was steht für den heutigen Tag an? Man hat natürlich auch Schuhfix. Durch die flexiblen Arbeitszeiten bei Hammerer Alumin Industries kann ich Privatleben und Arbeitszeiten gut vereinbaren. Wenn man sich als Lehrling in der Lehrzeit ins Zeug legt, bekommt man von der Firma finanzielle Belohnung. Die Haie bietet einige Vergünstigungen an, wie zum Beispiel Schwimmer gehen oder auch, dass man wo günstig einkaufen kann. Was auch super ist, dass man vom Betriebsrat her auch immer auf Unterstützung zögen kann. Wir haben ein Gesundheitsprojekt gestartet, wo man zum Beispiel jetzt dann im nächsten Monat ein Rauchentwöhnungsseminar teilnehmen kann, wo die Firma einen Großteil diese übernimmt und ich werde mich dafür anmelden, einfach, dass man für seine Gesundheit da mehr investiert.